Moin Leute, willkommen zur nächsten Folge ASTROMEER. Ja, was soll ich sagen Leute? Mein Ziel ist es ja 3.0 zu nächen. Manchmal komme ich mir auch ehrlich gesagt ein bisschen blöd vor, weil ich ja gerade verabschiedet habe und jetzt wieder. Das ist so. Den Knall kriegt man weg. Ich hoffe, es ist jeder gut da draußen. Mir wird nicht gut, denn ich habe keinen Kaffee mehr. Ach du Scheiße, was macht man jetzt? Ach verdammt. Okay. Misty Misty Misty. natürlich sehr schlicht vorbereitet aber ich kann es ja nicht ändern wir bauen auf einem planeten dessen namen ich nicht kenne gerade richtig geil zeug auf könnte keramik seien ich finde es ja auch sexy ihr denn so diese einzelnen module weg baut und die module denn wieder dahin baut also das ist von der optik immer noch der traum nicht wahr irgendwas wollen wir mit keramik jetzt machen ach so diese lande plattform dingen und wir wollen würde der eigentlich auch darauf gehen hier ja der ist ja geil denn ist ja geil er klappt sie nicht aus der schlinge land der da klappt dass ich nie aus ich bin heute einfach echt gut drauf so krank wird doch aber landeplattform dann haben wir auch also eine fette landeplattform und dann haben wir den nächsten planeten wieder abgehakt so sehr schön da haben wir wieder hart so allerdings brauchten viele große lager ich finde das so geil mit dieser erzmisch geschichte das habe ich viel zu wenig verwendet ich bestimmt ich bin doch manchmal angekotzt ne wo ich wo ich so denke alter ist er so blöd oder tut er nur so nein ich bin so ich bin so wie ich bin wir machen hier brauchen loch ein das spielt hier keine rolle wenn wir zeug ernten denn ernten zeug es geht so schnell ne ja jawohl mein liebste lager kapazität so das ist auch es ist ich verliebe auch keine zeit der kollege ist es geil so ja leute es gibt prioritäten im leben ist das der kubber was da so raus schnitzt titanit ist ja cool holen um stürzeln ja ja ich bin mit der gesamtsituation hier unzufrieden aber ich werde jetzt hier diese eine lande geschichte machen irgendwo muss ich das ding hier letztendlich auch anstellen dann ist sie wenigstens hüpfel aus wo habe ich das ding jetzt hatte ich das nicht ruf geschmissen denn habe ich das wohin geflaggt ja 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 so gut und die solo und auf arthrocks noch auf die solo und auf arthrocks noch so jetzt haben wir hier eigentlich alles was wir brauchen so zur verfügung außer dass wir titanit nennen wollten titanit wollen wir ein großes lager keramik baggie kran hätte ich auch ganz gerne mal wo kommt eigentlich der mittelgroße rover und stoff und gummi mache ich doch hier in seiner umwandel geschichte das ist auch wieder eine olle maschine chemielabor hieß es glaube ich keramik glas und wolframburg habe ich nicht mit das mit den schrägern habe ich leute klärt mich doch mal über schrägern auf ich habe ich begreife das nicht ich begreife das nicht klärt mich mal wieder über schrägern auf ernsthafte geschichte bin zu blöd so ich gehe jetzt also dann sammeln und dann habe ich wieder ab was soll ich sagen das nervt mich auch so ein bisschen ehrlich gesagt das war ein erschieven mit so den planeten ist aber die ganze zeit dunkel ich will organisches zeug damit die 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 Soooo Ups, die lacht. Guck mal her, mein kleiner Schlingel. Ja, also, Titanit ist mir neu. Soooo der exo schiff kommt mit jetzt ist es mal noch einmal ganz voll und war das auf dem planeten erst mal wenn wir erst mal gucken was man mit titanit anstellen wollen das ist so das ist aber auch ein pokon junge junge ist noch weitert augereich noch viel weiter ja 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 weg um meine titanit ernte hier gut und abflug aufrichtung silber würde ich sagen so zu einem anderen planeten so gladio war tatsächlich gefahren hart der hoher wind der niedrige sonne ja ja so atrox war ich noch nicht kalidor silber reise nach silber das ist letztendlich auch unsere hauptbasis das ist ja leider so oder was heißt leider da 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 daat da 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 ja I hate it. Liegen wir noch mal da hin. Genau. Wir haben aber schon einen Haufen Scheiß, ne? Das ist leider so. Junge, weil ich hier reingekracht bin, ne? Ja. Gut. Hier steht alles auf große Plattform Bay, würde ich mal so sagen. Aber, jetzt das große aber, der riesen Schredder. Leute, extra großer Schredder, wandelt jeden Schutt in Schrott um. Schrott kann über die Handelsplattform gegen Ressourcen getauscht werden. Wir wollten einen Kran machen. Deswegen auch dieses Titanit. Damit ich mit diesem Scheißschrott mal vorwärts komme. Guck mal. So, was ist das? Achso, ich habe ja alles, habe ich hier. Ja, habe ich hier auch. Genau. Ich wollte das daneben auf den Boden schmeißen. So, wir haben es geschmolzen. So, was ist das hier eigentlich? Großer aktiver Speicher. Ja. So. wir hörenymys. So. So. D gang, wir hören. So. D to du 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 кил. D da du 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 du. aber flutlichter werden glaube ich schon geil ich werde es mal berücksichtigen ich habe aber auch zeug so kran bauen kran titan silikon so wie mache ich es da und war habe ich gerade nicht quatsch da hier meine großen neger wir müssen noch mal größer legern ich brauche mehr lager dazu brauche ich keramik so nicht kran mittelgroßes lager so 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 große plattform b wer baut jetzt hier noch mal so 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 dann bauen wir hier vorne noch mehr lager das ist alles toll dann bauen wir hier vorne einfach noch mehr lager so 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 ist halt einfach so man muss sich da auch mal so ein bisschen so wo ist denn hier so 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 jetzt nehmen wir mal das ganze litium und den ganzen bums alles mal weg es ist einfach so es ist einfach so ach so da ist ja noch titanit dran so 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 dann haben wir einen haufen litium dabei und titanit haben wir auch noch in reiner form da so so kran 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 silikon und stahl immer noch silikon und stahl immer noch karls und quarts so jetzt kramen wir uns hier ein bisschen rein so machen wir die ganze zeit auch schon ja s so so outs und quarts so 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 out Junge. Ist das schwierig? So, Quarz. Oh, manchmal werde ich verrückt. Ich werde einfach verrückt. Mach doch mal einfach Verbindung, Junge. Und dieses verrückt werden. Seit wann sehen die eigentlich so komisch aus? So. 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 Können wir mal so ein ding bauen. So ein atmosphärenkondensator teilen. музыkundstoff und glas ein alsnog ist all ist nur kurze mal weg. searched nutmeges plattest listen und heißt alles nur schrotzen so ist das hier muss er jetzt aussuchen kunststoff gemisch und kohlenstoff gemisch und kohlenstoff eisen ist doch was road ist ist überhaupt noch eisen da ich glaube es mangelt schon an eisen dann müssen wir ernten gehen wenn ich nichts weiter habe wolf war das ist alles titan ich glaube eisen war tatsächlich das hier wollen wir raus das mittelgroße generator tatsächlich tja eisen dann packen wir den ganzen bums hier einfach rein machen wir uns wieder komplett leer genau gucken ob unser schattel erst im sauber eisen mit dem hydra ziehen hin und her zu fliegen ist ja nur wirklich kein thema das ist eine wirklich easy peasy lemon squeeze ja geil sollen wir ihn noch eisen es ist ja kein problem in der hinsicht aber irgendwo muss ja alles sammeln mit novos novos oder atrox ich hoffe ich habe jetzt keinen bock gerade eine base bauen 13 start zum planeten schießen aber dieses interstellare jetzt ist natürlich auch geil so atrox kalidor die solo wie sanja ich hoffe da haben wir eine aus so wir machen wir noch zum anderen planeten haben wir das auch hier titanit zink wolfraum titan kupfer eisen aus hämait tatsächlich novus hat ja hat hämait ja kann ich ja eigentlich hier bleiben hämait 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 wie ich so keinen bock hatte das mal zu machen ne wo es ja nur wirklich easy peasy ist hier haben wir doch einen rover und den ganzen dünnen ne hier haben wir auch eine unterkunft gebaut und allen scheiß ne so 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 hämait hämait sieht krank aus das glaube ich ne richtig krank aus aber letztlich sind wir ja nur hier um das zu sammeln so ein bisschen so ne auf straßenbau hatte ich jetzt ein bisschen kein bock deswegen aber wenig hämait aber wenig hämait aber wenig hämait das ist leider so das ist leider so echt wenige forschungsgegenstände die gegenstehende ne Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sooo... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann haben wir doch wieder Sooo... Untertitelung des ZDF, 2020 Das Krasse ist, dass jeder was anderes findet... Auf seinen Reisen in den ganzen Katakomben, wo wir hier sind... Das ist ja so das Krasse... Jeder findet was anderes... An einer anderen Stelle... An einer anderen Stelle... In der Welt... Das ist ja völlig individuell, das Game auch... Aber völlig individuell... So... So... Häme... Ich nehme jetzt auch echt so viel mit, wie es nur geht... Das ist ja auch völlig klar... Damit wir hier schnell wieder los können... Mal sehen... Ich stelle vielleicht noch ein paar Forschung an... Ja... Ja... Das ist auch völlig klar... Da hinten ist wieder Zeug, ne... Wo habe ich denn das hier Maid abgebaut eigentlich... Eben... So darum... Wo ich mir extra was gebastelt... Wo die Nacht kto berangt immer wieder den gencapole Johnny... Weil... Ach guck! Ach guck! Dann haben wir übersätter Fitness... senhor Mann. So, ich will irgendwie so da rüber so. Irgendwie eine Kurve fahren, aber eine große Kurve, denn da rüber. Oh, diese Scheiße. Aber ich will das Ding da auch aufmachen. So. Oh, da ist so ein Zeug hier immer einfach nur ein Weg. Da ist auch noch ein Weg da, das machen wir auch gleich weg. So. Ach so, das war mein Abbau für Stein. Das hat mit der eigentlichen Straße nichts zu tun. Ähmait Abbaugestein. So. So. Dann haben wir jetzt auch einen Haufen Zeug und können hier gleich noch die Dinger aufmachen. Nicht warm. Natürlich. So. 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 Yeah. Unknown. So. So. Hm. Hm. Und schon fertig ist dann das Ruhm. Hm. Und schon fertig ist dann das Ruhm. So, ich will aber noch mehr Hämaid mitnehmen eigentlich. Deswegen bin ich auch so ein bisschen hier. Aber ich habe jetzt alles so Strom zugebaut, denn unten ist noch eine Kiste. Weil ich ja die Dinger haben wollte. Dann gehts weiter. Mit Hämaid. Scheiße. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ach du Kacke ey, das war ja knapp. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. So. Mann ist das anstrengend. Aber wenn du eine spezielle Ressource brauchst, ne. Dann ist es eben einfach so. Dann ist es eben auch einfach mal so. Das können ja nicht alles Riesenvorkommen sein. Sollten, aber ist einfach nicht so. So. Also ich denke mal, wir haben mehr als genug mit. Aber man könnte ja noch, ne. Ein bisschen mehr. Ja. Aber wir sehen auf dem Rückweg, da ist noch was. Weil ich werde ja sicherlich diese Straße da hochfahren. Richtig. 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 So. 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 so sehr schön noch zweimal view und dann haben wir es. dann sind wir mit unserem tunnelbau und so weit durch so und abflug hemaid ernte abgeschlossen hätte er nicht gedacht dass hier so viel straße existiert schon aber das sind wir doch gar nicht gekommen wo sind wir jetzt gerade her gekommen jungen alter ehrlich leute darf ich irgendwie ja ja ach so wir haben die dinge aufgemacht und deswegen so viel straße gebaut wir haben die dinge aufgemacht und deswegen so viel straße gebaut es ist aber auch schwierig du kommst an diesem scheiß ding einfach wenn du nicht vorbeikommst dann kommst du nicht vorbei es ist fürchterlich um jottes willen wofür die scheiße bloß hin es gibt hier nicht einmal einmal verkackt bleibt verkackt wie können wir das wieder so auffüllen dass wir hier mit dem auto um die kurve kommen verstehe da das problem mit dem auto einfach um die kurve kommen da ist ja ein ding da ist ja ein ding auch hier sind wir jetzt wieder wo ist das anstrengend wobei es auch nicht wie du fahren soll es ist unmöglich aber wir haben es zurückgeschafft jetzt ist natürlich die frage darf ich das ding was warum machte das so aufnahme ist da gut alles klar ding ehrlich scheiß haben wir hier in atmosphären kondensator was bist du denn bist doch das chemielabor haben wir hier schon einen atmosphären kondensator nein aber wir sind ja auch nur sie brauchen den ja hier ist es korrekt gut das heißt wir sehen uns in der nächsten folge wieder nachdem wir jetzt hier mal wieder wie immer über länge haben und ja ich freue mich drauf dass wir hoffentlich beim nächsten mal nicht so hart vorfahren müssen wie jetzt war jetzt muss das war ja echt hardcore so was hier was wir fahren mussten also der dahinten geht ja nicht die leute bis zur nächsten folge bis gleich quasi oder ihr bis in zwei tagen und ja ja ihr wisst tschüssi Musik